Der Ritter von der hohen Gestalt Wir schreiben ungefähr das Jahr 1500 nach Christus, als der schrullige Schriftsteller ursredlich bei einem Zechgelager ein Stuhlbein an den Schädel bekommt. Als er später wieder zu sich kommt, glaubt er ein edler Ritter und Beschützer der Schwachen und Redlichen im Kampf gegen die Unechten zu sein. Seitdem schwieren seine Gedanken so unstät umher wie ein auffliegender Insektenschwarm. In seiner Verwirrung versprach er einem Schweinehirten eine hohe Belohnung dafür, wenn dieser ihm als Knappe auf dem Kreuzzug gegen die Unechten begleiten würde. Der Schweinehirte Bett Britt, der nicht überaus intelligent ist, hatte seine geliebten Schweine noch nie verlassen. Da er aber mit diesem Unternehmen seine Kasse auffrischen konnte, entschließt er sich dazu, dem Begehren des fremden Ritters nachzugeben und diesem als Diener zu folgen. Da er die Reinlichkeit verabscheut, haften noch der betörende Duft und einige Reste seiner Tiere ihm an, so daß sie sich allzeit in Gesellschaft lästiger Fliegen befinden. »Erlaubt eine kurze Zeit der Rest, mein Ritter, von so hoher Gestalt! Ich bin der Müdigkeit so nahe!« Bett Britt, der klein und dickleibig ist, bleibt keuchend und schnaufend am Wegesrand stehen. Der neben ihm reitende Ritter zügelt seinen dürren Gaul Rosalia, der die Hüftknochen wie bei einem Kleiderständer aus dem Fell hervorragen. »Brrrr!« schallt es Blechern aus dem Helm hervor und Rosalia verhält schnaubend. Sein knappe Bett Britt legt des Ritters Zweihandschwert und Lanze zu Boden und macht sich auf, um in die Büsche zu kommen. So verharrt der Ritter und wartet auf seinen Diener, bis dieser sich wieder aus den Büschen schlägt, denn ohne seine Hilfe war es ihm nicht möglich, vom Pferd zu steigen, denn die schwere und unbewegliche Rüstung behinderten ihn dabei. So macht Bett Britt sich daran, seinem Ritter zu helfen. Da aber die Rüstung und der Ritter deutlich schwerer waren als seine Kraft, fielen sie aufschreiend und scheppert zu Boden, wo Bett Britt unter seinem Herren unbequem zu liegen kommt. »Bitte, Ritter von hoher Gestalt, bewegt euch etwas zur Seite, so wäre ich in der erfreulichen Lage, aufzustehen!« stöhnt er unter ihm liegende Kneppe. Sein Herr stößt ein Grunzen aus und schiebt sich von ihm. »Uah!« »Verzeiht, Herr, dass ich euch nicht aufzufangen vermochte, aber euer Gewicht war größer als meine Stärke!« entschuldigt er sich bei dem Edelmann. Der Ritter von der hohen Gestalt, der nun wie eine Schildkröte auf dem Rücken liegt, zappelt hilflos mit Armen und Beinen. »So mache er doch und helfe mir auf, mein Knappe!« ruft er verzweifelt. »Auch ich muß einen Augenblick der Rast nutzen, um mich zu erleichtern!« Da es dem Knappen so nicht gelingt, seinem Herren aufzuhelfen, zieht er dessen Eisenschuhe von den Füßen und entfernt die unbeweglichen Beinschienen, daß dieser in der Lederhose zu liegen kommt. Das erfreut seinen Ritter, denn dieser kann sich nun mit dessen Hilfe aufrichten und sich der dringenden Darmentklärung widmen. So schlagen die beiden Verfechter des Guten hier ihren Lagerplatz auf und Bad Britt entzündet ein knisterndes Feuer, vor dem sie sich niederlassen. Wie der Ritter so dahindämmert, vernimmt er je eine wundervolle, melodiöse Stimme, die ihn umgehend verzippt. Gleich darauf hört er die ratternden Geräusche einer Kutsche und das Wiehern von Pferden herüberschallen. Bis diese elfenhafte Singstimme erneut ertönt. Der Ritter ist völlig betört ob dieses wundervollen Gesangs und möchte aufspringen und tanzen vor Freude. Da seine Rüstung, die er auch des Nachts trägt, weil die Unechten jederzeit auftauchen und sie überraschen könnten, ihn behindert, hilft ihm sein treuer Begleiter auf die Beine. Mein Ritter, was ist geschehen? fragte ihn der Knappe ganz verschlafen, denn er war eingenickt und hatte nichts gehört. Knappe, habt ihr nicht auch diese wunderschöne Weise vernommen? schwärmte der Ritter von hoher Gestalt sinnes trunken. Das war die Singstimme eines bezaubernden Brück, Fräuleins. Wie hinreißend, wie grandios! Ich habe ihre silberhelle Stimme nur einmal gehört und weiß, dass ich unsterblich in sie verliebt bin. Auf, Knappe, sattelt mein Pferd. Wir müssen dieser zauberhaften Person unvermittelt folgen. Ich habe nichts gehört, Herr. Vielleicht habt ihr euch getäuscht? entgegnete Bedbred verwirrt. Aber wenn es nun die Unechten waren und uns mit ihrem sirenenartigen Gesang in eine Falle locken wollen? Ach, Knappe, vertraue einem ehrwürdigen Ritter. So eine herrliche Stimme kann keinem Unechten gehören. Das war ein echtes Burgfräulein. Und ich werde ihr mein Leben widmen, ihr und dem Kreuzzug gegen die Unechten. Ich werde ihr in die Neuphase bekommen. Ich werde ihr dann in die Neuphase bekommen. Ich werde ihr in die Neuphase bekommen. Ich werde die Neuphase bekommen, wie ich sie selbst von der Neuphase und die Neuphase übe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.